Ein bisschen laut ist, aber sonst gut. Okay, na, wir laufen jetzt. Ich mache mal leise. Herzlich willkommen, jetzt höre ich mich gar nicht. Neue Ausgabe, jetzt höre ich mich wieder. Für Nüsse von mit und Klaus. Dirk. Das war ein Dirk. Professionell. Professionell, wie immer. Wir machen weiter, wie wir in den letzten 50 Folgen aufgehört haben. Ja. Ich wollte ja die Milf-Connection-Folge mir mal reinziehen, aber man muss sich dafür anmelden. Wo ist dein Problem? Ist die Milf-Connection dir das nicht wert? Weiß ich nicht. Nachher kriege ich regelmäßige Milf-News. Ich muss mir mal die Hände eincreme währenddessen. Ach, ich trottel, ich habe die Creme vergessen. Du hast dir doch einen Google-Alert auf Onanier-Verhaftungen gestellt. Ja, ich schicke gerne mal schuldig. Gerne mal News rüber. Und zwar die richtigen News. Und das sind irgendwelche lustigen Geschichten wie, alter, wie schmierst die dir in die Hand? Oh Gott. Soll ich rausgehen? Nee, es muss einfach... Soll ich Bird-Back-Rack anmachen? Mach uns Licht dem... Wir haben da jetzt eine Stunde, in der ich meine Hände nicht brauche. Ja, hoffentlich. Bitte, bitte. Die kann ich doch jetzt zur Handpflege ein. Nee, scheiße, ey. Dann wirst du immer nervös. Du musst irgendwas spielen, sonst brichst du gleich wieder irgendwann ab. Ich habe doch... Ich creme jetzt mir die Hände ein. Das ist jetzt mein Spiel. Sonst kommt die Zombie-Ratte. Oh Mann, ey. Die Zombie-Ratte ist aber ganz... Die ist weit gekommen. Die ist weit gebracht. Für alle, die es nicht kennen, eine Zombie-Ratte, die begegnen uns täglich auf dem Weg. Schmierst du den ganzen Unterarm ein? Meine Ellbogen sind auch trocken. Es ist Winter. Das verstehe ich immer. Die sagen, ja, Gelenke einschmieren, es ist Winter. Die laufen doch nicht auf den Ellbogen jetzt plötzlich, weil es draußen schneit. Nee, aber die sind bei mir auch... Die schürfen auch mal ab beim Klettern. Beim Schlafen schürfen die ab. Ich schlafe auch wie so ein... Auf einer Tausenderkörnung. Ne, wie so eine Bravo-Foto-Love-Story auf den Ellbogen. Mit dem Telefon. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir es. Ich schicke gerne mal News, wenn es darum geht, dass jemand verhaftet wurde wegen Exhibitionierung. Ja. Exhibitionismus. Ja, 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 ja. Oder wegen öffentliches Ornanieren oder sowas. Ja, ja. Also ich meine im Rahmen. Ich spare mir immer die gruseligen Geschichten, wenn es dann irgendwie heißt, vor dem Kindergarten sowas. Das finde ich dann weniger lustig. Aber lustig finde ich dann, wenn halt irgendwie, weiß nicht... Im Supermarkt, neben der Savillard-Wurst. Also den einen fand ich lustig, als irgendwie eine Oma vom Einkaufen am, weiß nicht, so einem kleinen Vorgarten vorbeigelaufen ist und der Typ irgendwie sich eingeschubbert hat und dann nachher wurde dann irgendwie festgestellt, dass der halt gerade auch einen Kiosk überfallen hat und irgendwie eine Flasche Wodka und drei Beefy Roll geklaut hat oder so. Und dann hat er das zelebriert bei sich im Garten. Ja, naja, ich meine so einen erfolgreichen Raubzug. Drei Beefy Roll, eine Flasche Wodka. Da kommt man schon mal auf die Idee, den Teigmantel von einer Beefy zu pellen. Oder wie man so sagt. Kanntest du die, die früher die Beefy-Tüte immer so gelutscht haben in der Schule? Weil das halt ja auch total voll mit Pökelaromen ist. Zur Erklärung, Dirk war auf einer Hundeschule. Ich hatte vier Pfoten in der ersten Klasse. Auf dem Zeugniskopf. Ja. Ich meine, es gab kein Zeugnis, es gab dann immer nur so ein langes Köpfchen streicheln und ein Goodie. Ein Leckerli. Ein Leckerli auf die Nase, wenn du das eine Stunde halten kannst, hast du den Kurs bestanden. Nee, bei mir war der immer weg. Mein Leckerli ist runtergefallen, Herr Pimmelmeier. Und Wotan hat fast die Klärerin gebissen. Die Klärerin. Klärerin. Ja, Wotan immer. Aus dem Wehwurf. Und mit dem alten Cerberus hat niemand geredet. Cerberus heißt Pünktchen. Ja, es ist ja auch, der Höllenhund ist ein Delmatiner. Ja, das ist es, ne? Das nimmt ihm gleich den Schrecken, wenn einfach nur Hades ist ein liebevoller Hundebesitzer und hat ihn Pünktchen genannt. Oder Mr. Spots. Ja, das wird auch gerne Anton genannt. Ah, übrigens, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten euch allen. Weil heute ist Heiligabend und wir gehen jetzt mal davon aus. Ehrlich ist es heute so? Ja. Okay. Ihr schaut, also wenn ihr das heute schaut, dann seid ihr bestimmt nervös, gerade auf dem Weg zur Tanke und holt noch irgendwie schön C-Ware, Geschenke. Oder ihr packt, ich habe schon die Frage vorweg genommen, merke ich gerade. Ja, es ist nämlich, ja, denn wir sind wieder. Tag ist aktuell auch, weil Amazon streikt. Ach, das war kein Scherz. Nee, bei Amazon wird gestreikt. Das heißt, die... Wieso kriegst du, wieso kriegst du denn laufend irgendwelche Empfehlungen, sonst was, wenn die selber wissen, dass die... Bei ganz vielen Sachen steht jetzt da, kommt erst nach Weihnachten an. Also, ist denn Amazon Logistics, was streikt? Oder sind halt... Nee, ich glaube, die Lagerleute. Die Lagerleute? Wieder welche, die streiken, weil die halt, die haben ja zum Black Friday schon mal einen Warnstreik gehabt, weil die halt unter räudigsten Bedingungen arbeiten. Also, es ist wirklich, das ist ein bisschen was von Arbeitslager. Ah, dann habe ich gesehen, die werden permanent überwacht, ne? Ja, 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 ja. Irgendwie in den USA, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, die haben irgendwie eine Toilettenpause von 30 Sekunden. Werden angekackt, wenn sie 45 gemacht haben. Ja, das kannst du immer 30 Sekunden da zur Toilette hin. Und da ist wenig Zeit. Verständlich also. Aber jetzt, wenn man bei Amazon nicht mehr rechtzeitig in die Sachen kommt, jetzt ist Heiligabend, jetzt sei schon auf dem Weg, was sind denn die besten Last-Minute-Geschenke? Hast du nicht wirklich vor zwei Wochen mich gefragt, was die besten Geschenke sind? Jetzt fragst du, was die besten Last-Minute-Geschenke sind? Ja, was kann man noch, was kriegt man noch aufgetrieben in letzter Sekunde? Außerdem war es doch, ging es doch um Sachen, die wir uns eher kaufen. Ich habe schon heraus, wie in den letzten zwei Wochen hast du wieder vergessen. Du dehnst halt einfach deine Fragen so weit, wie es mir geht. Ich frage gleich mal, was Austin Powers denn wirklich wollte. Sein Mojo? Oh Mann, nimm es doch nicht vorweg. Ja, da denke ich natürlich, was ich eben schon gesagt habe, an die Tanke, an die schönen Blümchen. Das Krasse ist ja mittlerweile, ist ja nicht mehr die Tanke wie damals, wenn jemand sagt, für eine Tanke geholt, da hast du dann halt einen Scheibenwischerblätter, Ölfilter und 15W40, alles Gute. Sondern jetzt kannst du ja, würde ich mal behaupten, an einer guten Tankkette, so wie, weiß nicht, Aralp, WP oder Anales, keine Tankstelle. A7 haben wir auch, Tanke? Wolke A7, natürlich hat die Wolke A7 eine Tankstelle. Okay. Was sollen die ganzen Brummifahrer denn da? Aber wir verkaufen günstiger als die anderen, denn bei uns ist es Schiffsdiesel und wir haben rausgekriegt, dass wenn dir so ein paar Filtersysteme unten Schiffsdiesel und Rapsöl und so eine Cracker-App da rauf lädst auf deinen Diesel-Computer, dann kann dir das auch verbrennen. Nee, die Diesel, die kannst du nicht cracken. Die sind so sauber. Das wäre ja eine Gefährdung für alle. Hund und Hof. Ja, ich denke da an Tulpen. Tulpen immer grün. Blumen tatsächlich, ja. Dann auch sehr, sehr geckig, wäre so eine heiße Wurst aus dem Schwitzglas. Ich glaube, was tatsächlich noch relativ gut geht, ist irgendwelche Backwaren. Wenn du so eine größere Backkette erwischst. Backwaren, die Sekte? Nee. Okay, kennst du nicht. Peter, lustig war mal bei den Backwaren. Kennst du nicht Backwaren, die Sekte? Nee. Gut, dann kennst du die. Jetzt hast du schon mal gehört. Ja, die Backwaren. Deswegen gibt es in Hannover auch eine Disco, die offiziell, glaube ich, Oshotec heißt, aber innen offiziell Buggy, weil die ursprünglichen Gründer waren Backwaren-Sekten und haben sich so ein bisschen da mitfinanziert. Und dann geht man jetzt auch in die Backwaren. Ich weiß gar nicht, ob das noch alles steht, aber ich glaube, da ist das Gebäude steht in der Denkmalschutz. Geht mal hin. Timo weiß Bescheid. Der weiß, was ich meine. Wundervoll. Unser einziger Zuhörer. Was? Nee, ich glaube, dass der Peter auch gerne mal reinhört, weil er letztens meinte von wegen, wenn du mich lieben würdest, dann wüsstest du, dass ich Lakritze hasse. Und ich glaube, das habe ich hier in einem Podcast mal gesagt, dass Peter Lakritze... Haben wir das nicht auch im Podcast besprochen? Das glaube ich nicht. Das würde ja bedeuten, wir wiederholen uns. Ah, nee, dann kann es nicht sein, unsere Drehbuchschreiber sind einfach zu gut. Das würde ja bedeuten, wir wiederholen uns. Du kannst dich an einem Pop-Schutz lehnen. Kommst du ein bisschen durch wie in der Wand bei Poltergeist. Kennst du da diesen Mythos, dass alle nach und nach verstorben sind? Irgendwelche ominösen Umstände, die Poltergeist... Ist das nicht beim Exorzisten? Nee, beim Poltergeist. Also beim Ersten halt irgendwie. Jetzt fängt da an sich die gekritten Finger zu feiern. Ich mach mir die Hände. Ist denn los, ey? Das hört doch keiner. Das ist ein Audio-Medium. Der Klabautermann kommt doch, da will ich gut aussehen. Fliegende Holländer. Ich bringe Würstchen mit. Würstchen im heißen Stoffmantel. Ja, nee, ich würde mal behaupten, man kriegt so, wenn man ein bisschen überlegt, halt irgendwelche Pralines, die kriegst du definitiv. Das ist ein bisschen nicht nach... Also erst mal, wenn ich anfange, nach Tanke aussehen zu lassen. Genau, das ist das Wichtigste. Immer bei den Last-Mill-Sachen Stil bewahren. Ja. Und dann werden, glaube ich, die Verkäufer auch noch voll gestresst. Dass du dann halt irgendwie so ein Exquisit-Sortiment von Pralines auf den Tisch legst und sagst, sag mal, habt ihr da noch irgendwie eine Schleife oder irgendwas da hinten unten? Ja, also ich kann jetzt... Ist jetzt auch nicht meine Aufgabe. Ja, und dann stellst du noch... Ich wette, manche guten Dinge haben auch noch ein Mueh oder sowas. Dann kannst du ein Möhn noch hinstellen. Und dann schön lässt du den von einem Kollegen dann noch einknoten. Dann, was ja auch ganz gerne... Das lieben sie an der Tankstelle, die Geschenke zu verpacken. Dann der Gag. Eingangs kannst du dir noch schönen Gutscheine von Amazon mit drauflegen. Die kriegst du vorne an der Kasse. Ja, und dann hast du eigentlich schon so ein, würde man so haben, so 50, 70 Euro Geschenk. Und das ist ja wirklich last, last minute. Also in der Tankstelle. Dieses Jahr fährt Heiligabend ja auf einen Montag. Das heißt, man kann auch noch in den Supermarkt. Ja, aber Heiligabend sind immer halbe Tage. Ja, 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 ja. Aber ich meine... Zwölf oder 13 Uhr oder so. Ja, ja. Reicht ja oft. Ja. Dass du Heiligabend aufwachst und denkst, scheiße, ich muss ja heute zur Familie. Ja. Und ich hab noch gar nicht. Na, ich meine, also wenn wir jetzt unsere regelmäßigen Kaufverhalten jetzt nehmen würden. Stell dir mal vor... So einen schönen Sportsweater? Naja. Für 7,99. Ja. Fühlt sich ja Dortmund drüber freuen. Ich weiß ja jetzt nicht. Ja, gut. Kriegst du wieder eine Schelle? Ja, so kann's gehen. Bier, du Penner. Weißt du noch? Ja, Sir. Nur die feinste Dose. Ja. Oh, gibst du noch? Ja, auf der Dose? Ja. 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 Was wären denn deine Lidl-Geschenke? Wenn du jetzt das von den Last Minute... Ja. Du hast ja einen Montag, du hast einen halben Tag, du weißt von wegen, hab keinen Bock weit zu laufen, gießt mal zu Lilium Equalacid, wer immer. Also die haben ja immer auch so ein Sortiment etwas besserer Schokolade. Nicht nur die Eigenmarken, sondern halt so... Von der Optik her. Ja. Geschmacklich wird's wahrscheinlich mit Augen zudenken, oh, wundervolle Pralinesmas auf und dann ist das halt irgendwie quitt oder so. Ich glaube auch, die haben auch immer so ein bisschen Markenschokolade. Also halt einfach nur so die klassische Rocher-Geschenkbox. Ja. Also die kannst du ja immer oben drauf klatschen. Was wir vorhin gesehen haben, dieses komische Einpack-Ding mit dem, mit dem, wo du sagst, wie weich das ist, wo dieser Löwe drin ist. Ah, genau. So ein Scheiß. Ja. Das war, glaube ich, Kinderschokolade oder so, ne? Ja, aber es kommt ja auch mal gut. Ja, es ist ja auch lustig. Es ist ja auch lustig. Ich habe ja mal einen Bericht vor ein paar Jahren, wie dicht Kinderschokolade an tatsächlich dem Titel ist. Also wie viel tatsächlich Kinderarbeit in, wie viel Prozent, glaube ich, in einem Kinderschokoladenprodukt sind 70 oder 75 Prozent Kinderarbeit drin. Ganz, ganz coole Kote. Das kriegen wir auf 100, wenn wir uns anstrengen. Ja. Ja. Also das, ne? Schokolade süß ist immer, worüber ja viele Leute, ich sag mal, so gehobenen Alters, also in unserer Kategorie sich freuen, ist auch Kaffee. Kaffee, kannst du dich ja mit jagen, doch. Ja, dich, aber ich meine, jeder, der Kaffee trinkt, ist ja unglaublich, ja, ist für auch so gut. Es gibt immer diese Geschenkegger, da steht halt ab und zu eine, wo apropos auch diesmal wirklich brauchbarer Whisky steht bei Lidl. Ja, Ben Bracken hast du auch hier stehen. Genau, ich habe ihn heute nicht mehr gesehen, Ben Bracken. War noch eine andere Marke da? Ja, es gab drei Ben Bracken. Du hast, glaube ich, hier den Spaceside, den habe ich mitgebracht. Ja, ja. Und ich habe den Highland, den hatten wir auch da gesehen. Und der Islay war der dritte. Genau, und ich habe alle drei. Ja, und das sogar im kleinen Probierset aus der Minibar. Ja, das habe ich auch. Das, und ich meine, wir haben ja jetzt wirklich nur auf den Whisky geachtet. Ich glaube, von den anderen Spirituosen stand auch jeweils so eine bessere Flasche. Ja, und wir haben ja letztens auch gesagt, dass ja gerade so ein Gin-Hype ist und dass auch die einfachen oder, sage ich jetzt mal, noch nicht so bekannteren Marken, die halt noch zu erschwingen sind, so total Label-Styling gerade irgendwie aktiviert haben. Ja, das sieht immer gut aus. Genau, also optisch kannst du erstmal, du kannst sagen, keine Ahnung, muss ja nicht sagen, oder du hast nicht weiß, wie es schmeckt, oder du trinkst keinen Gin, aber wenn du halt dann irgendwie Black Forest Gin handcrafted in Norddeutschland. Die haben auch Wein, Lidl hat auch Wein in der Holzkiste. Sowas. Haben sie jetzt auch eigentlich richtig da. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde ja immer so Verpackungen, die quasi mich zwingen, das nochmal weiterzunutzen, voll stressig so. Ja, aber du kannst... Hier habe ich in Marmor geschweißt Kaugummi oder so. Und ich so, was finde ich denn ein Marmorblock? Aber wenn du dann noch Geschenkpapier bei Lidl gleich kaufst und Tesafilm, dann kannst du es viel besser in der Bahn verpacken auf deinem Schoß. Hast du es gesehen? Wenn es ein Quader ist. Ja, sagen wir gesehen. Wie, du hast selber schon in der Bahn verpackt? Ich habe ja früher gerne, weil ich das mit Tesafilm richtig hingekriegt habe und das Falten und sonst was, habe ich hier gerne meine Geschenke eingetackert. hier ist eine Glaskugel. Weil die meisten sind ja irgendwie mit Verpackung eh, wo Plastik und Papier und Pappe dran ist und wenn du dann halt irgendwie einen Bogen irgendwas drauf legst, dann kannst du das original mal schnell antackern. Dann brauchst du nicht. Und was ich auch in letzter Zeit gemerkt habe, ganz viel Tesafilm bei diesem teuren Papier, was schon dicht an Karton ist, das klebt, lässt es in Ruhe und dann guckst du und dann hebt sich der Scheiß wieder und dann denkst du, oh, dann musst du irgendwie so, ich habe jetzt auch nicht, ich weiß nicht, ob es daran liegt, ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, aber es gibt ja auch Unterschiede in Tesafilmen. Ja. Und ich habe jetzt nicht Tesa-Tesafilmen, sondern halt Das ist der Kardinal-Film. Rumpelmeier oder sowas. Unser Tesafilm ist auch so gut, es klebt nicht, außer an den Händen. Genau. Rumpelmeier. Es ist so ein Film, der so einmal irgendwo klebt, aber wenn du vorher dummerweise mit deinem leichten Säure-Fettfilm vom Finger rangekommen bist, Feierabend. Also du kannst es mit der Pinzette abziehen, schneiden und aufdrücken, aber wenn da irgendwo ein Down dran war, dann löst sich das ab der Stelle langsam ab. Und du kriegst keine saubere Nahtstelle am Tesafilm mehr hin. Ja. Da hast du nur noch so ein eigen gerissenes Ding, wo er auf halber Fläche reißt. Du findest den auch nie wieder, sobald es einmal dran ist. Bist du so ein eigener Abpooler mit Schere oder hast du so einen Abroller mit Dings? Äh, Eigenabpooler. Ich habe diese Abpooler, ich mag die mit der Schere, eigentlich lieber, aber ich finde die relativ fragil. Hä? Du hast doch gesagt, du pulst die ab. Ja, ja. Nein, die Reisdinger mit, diese Reisgestelle. Ach so, nee, nee. Ich meine jetzt, die in dieser Vorrichtung, wo du es einfach ziehst und über die Zangen bricht. Ja, genau. Das meine ich. Ich finde, die brechen relativ schnell. Ach, die Vorrichtung bricht. Ja. Da musst du auch Qualität kaufen. Ne, gibt's nicht. Nur das Billigste vom Billigsten kommt dir in die Tüte. Naja, wir kommen ja jetzt auf diesen Pseudo-Büroartikel. Immer ein gutes Geschenk. Boah. Wo holst du den Büroartikel Heiligabend? Bei Lidl ist jetzt gerade Bürowoche oder was? Vielleicht hat Big Paper noch auf. Wir haben ja jetzt auch eine Arkadenanlage hier neben unserem Podcaststudio. Aber wenn du jetzt so denkst, dann kannst du ja alles noch holen. Ja, die Frage ist, du hast ja keine Zeit mehr wirklich zu shoppen und auszuwählen. Wie heißt denn diese Warschauer Mall jetzt? Eastside Mall. Eastside Mall. Da war ich ja einmal drin mit Urs. Ist da schon irgendwas? Ja. Urs wollte da unbedingt rein. Das ist richtig traurig. Das ist so wie, weiß nicht, weit ab von irgendeiner Großstadt auf einer Bundesstraße sammeln sich halt sämtliche Dorf- und Kleinstädte, konzentrieren sich in irgendein Industriegebiet und da steht dann so ein Koloss von Einkaufszentren. Und das ist das. Obst hatte sich ja neulich auch richtig drüber aufgeregt, generell über diese Malls, von denen es in Berlin viel zu viele gibt. Ja, aber die sind halt immer voll und das Geile ist, immer mit dem Gleichen. Immer dieses Mall-Volk, was halt ein bisschen assig wirkt oder halt irgendwelche Touris. Ja, wir haben einen Samstagsausflug. Wir gehen zu Saturn-DVDs gucken. Ja. Ah, cool. Ja. Alles ist alles ein bisschen traurig. Was ist denn jetzt mal so richtig kompakt gesehen, dass du sagst, du gehst hier vorne an der Ecke? Hm, in meinen Lampenladen oder an Späti. In Späti, von dem wir immer den Namen nicht wissen, so traurig wie es ist. Du wohnst hier schon tausend Jahre und weißt immer noch nicht, wie du dich überlebst. Späti, Spätonautowitsch. Ja. Das Schlimme ist, die Frau von ihm, die kam halt tausendmal rüber ins Royal und Britt hat mir immer erzählt, wie die heiß sind, wie er heißt. Es ist immer verpufft. Das waren auch keine langweiligen Geschichten. Die sind ja auch super nett. Ja, ja. Aber jetzt mal denke ich mal, ach, das ist doch, sie war Physiotherapeutin auch und hat einen halben Tag dann immer da drin gestanden und Mördergeschichte. Nee, ich glaube, beim Späti geht halt echt nur Alkohol. Aber das Lustige ist, bei diesen Berliner Spätis, ich weiß wahrscheinlich in den meisten Großstadt-Spätis oder Büdchen oder Kiosken oder Trinkhallen oder wie auch immer das da auf dem Markt. Trinkhallen, ja. In Hannover heißt es gerne mal Trinkhalle. Und da finde ich mittlerweile sehr geil, dass du halt eine sehr kuriose Auswahl an Bieren und anderen Getränken hast. Dass du nicht sagst von wegen drei lokale und drei internationale Biere, sondern du hast dann auch mal Pfaffenheimer Dark Brew Handcrafted, sowas, wo du denkst, cool, kaufst dir und dann weißt du draußen schon, ah, scheiße. So, oh, das ist Brot mit Senf. Geschmacklich. Und im Abgang leichte Schokater-Spray. Nicht umsonst sagt mir auch das Pfaffenheimer Dünnpfiff. Ja, aber stimmt, Alk geht echt immer. Im Gegensatz dazu gehen ja Rauchwaren weniger. Außer man sagt jetzt eine richtig schöne Zigarre, da kannst du aber suchen, wer das denn überhaupt raucht und wer das dann auch hat. Ja, ja, ja. Ich glaube, der hat auch irgendwie nur Kippen, der hat jetzt keine, ich weiß nicht, maximal vielleicht Zigarillos oder so. Ja. Ich glaube ja, was wirklich ganz gut ist, man eine längere Reise vor sich hat. Am Bahnhof bei so einem Starbucks oder so. Ah, du meinst, man fährt jetzt Klassiker? Mit der Bahn am Heiligabend. Ja, so wie ich ja quasi auch. Ja. An der Bahn bei so einem Starbucks, die haben ja, also die haben ja A, besseren Kaffee, die haben auch Tassen und sowas. Okay. Und ich glaube also, klar. Loser Kaffee ist ja auch der letzte Scheiß. Ja. Ja. Ja, stimmt. Also Loser Kaffee für Leute, die ein Malwerk haben. Zuhause. Was halt auch gerade wirklich gut kommt, auch wegen, auch wegen der Umwelt, sind diese Thermocups. Dass du halt, wenn du einen Coffee-to-go dir holst, nicht jedes Mal einen Pappbecher, jetzt mal einen Pappbecher und einen Plastikdeckel die Umwelt belasten musst, hast, sondern halt, hatte ich neulich auch verschenkt, einfach so einen Thermalbecher hast, der den Kaffee heiß hält. Thermalbecher? Kannst du auch ins Thermalbad mitnehmen? Nur. Ganz schön deine liebste Körperflüssigkeit drin sammeln für das Thermalbad. Nee, aber das, tatsächlich, das kriegst du halt auch noch am Heiligabend. fünf vor zwölf. Ja, aber wie gesagt, wenn halt, wenn du sagst, ein halber Tag ist halt frei, dann kriegst du ja doch alles noch. Ja, wie gesagt, es muss schnell gehen. Du bist gestresst, du hast keine Auswahl. Beziehungsweise, wenn du sagst, ich kaufe nicht für eine Person oder ich kaufe nicht nur ein Geschenk, dann kannst du jetzt nicht sagen, ja, ist ja Berlin, ich habe jetzt irgendwie bis 13 Uhr Zeit, ich kann noch tausend Sachen, sondern du musst wissen, okay, das ist nicht irgendwie klicken und dann ist da, sondern du fährst halt, beziehungsweise, wenn du zu dieser Scheiß-Mall gehst, da hast du ja auch nicht viel. Du hast so diese bescheuerten, ganz viele bescheuerten Klamottenläden. Das heißt, du musst dann zusehen, dass alle, die du beschenkst, so bescheuerte Klamotten kriegen. Dann hast du einen Technikladen, dann hast du da halt einen Supermarkt und dann wird es schon eng. Aber die haben eine Postbank, da habe ich gehört. Oh, da sind aber die schönsten Geschenke. Nee, für mich zum Geld abheben, dachte ich mal. Ja, verschenkst Geld, ist auch nicht schlecht. Geld, eben Geld ist immer ein gutes Last-Mill-Geschenk. Hier, Tante Erna, 0,3 Bitcoin, das sind. Oh, scheiße. Nee, aber ehrlich, immer dann, ganz guter Tipp auch noch dazu, sich da schnell auf YouTube ein Tutorial reinziehen über lustige Falttechniken, dass du halt dann nicht irgendwie den Zwanni da halt drüber schiebst, sondern den dann halt nochmal als Kranich oder Kämpfen ist Bisonfalten oder sowas. Das ist dann auch ganz geil. Optisch, dann macht schon ein bisschen was her. Ja. Hast du schon mal regiftet? Das bedeutet, ich habe ein Geschenk weiterverstanden. Stimmt. Gibt irgendeine lustige, lustige Geschichte, habe ich als Video gesehen. Trump hat doch letztens erzählt. Ja, genau, dass sein Sohn, oder sein Sohn hat erzählt, er hat ein Geschenk. Du hast geheult, als er es erzählt hat? was er ihm geschenkt hat, mit seinem Monogramm drauf. Weil sein Fokus immer auf die Monogramm, ja. Also natürlich Donald Trump Jr. Ja. Er hat zur Erklärung, nicht Eric, Eric bekommt keine Geschenke. Eric ist der Schatten der Geschichte da. Na ja, wenn, dann glaube ich, eher so in Schrottwichtelbereichen so, dass man dann halt irgendwas sucht und dann sagt, wo habe ich das denn her? Weg damit. Aber ich habe jetzt, na ja, so Kleinigkeiten zum Beispiel. So, was ich hier erzählt habe, hier, dann habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, Handcreme, sonst was, wo ich sage, brauche ich nicht. und du bist, in fünf Minuten ist die Tüte leer. So, dann weiß ich da, da kann ich das, aber das ist jetzt ja nicht so. Meine Hände haben schon wieder 500 Gramm Handcreme absorbiert. Das zelebriere ich jetzt ja nicht als Geschenk. Aber es kann man halt immer draufpacken und dann wirkt halt auch ein kleineres Geschenk gleich viel. Ja, stimmt. Man kann immer mit den Detailscheißen so ran. Dass man da einen Lolli ranklebt oder irgendwie den Kargummi ausspuckt und aufdrückt, kommt auch mal schön. Eine Zeit lang war mal, im Alexa war mal so ein Seifenladen. Seifen? Seifen. Und die haben immer so ein Teil, wenn du einen größeren Schub gekauft hast, haben die ja mal so ein Stück Seife dir mitgegeben, noch zusätzlich. Cool. Davon habe ich so viel, das könnte ich an jedes Geschenk drei Jahre lang ranhaften. Wie, du hast Seifenblöcke oder was? Nee, nur so eine kleine Schnitzerseife dann davon. Aber schon so? Daumen oder so. Aber schon so, dass man ein bisschen sich, also und das ist dann halt auch keine industrielle, sondern selbst. Nee, handgemacht, genau. Das so viel? Schön eingefärbt. Ich habe ein paar davon, ja. Cool. Weil ich jetzt ja nur auf reiner Seife bin. Ich habe ja keinen Duschgel mehr. Ah. Aber ich habe halt dummerweise dann natürlich jetzt auch komplett mich zugeschissen mit Seife. Ja. Ich habe von allen Seiten jetzt Seife auch gekriegt. Aber ist schon... Lagereffekte. Ja. Wird ja nicht schlecht. Ja. Wird ja nicht schlecht. Wie Honig, Salz, Seife. Oh, ich habe nur noch wenig Duschgel. Fällt mir ein. Du. Bei der Gelegenheit. Also, ihr könnt mir Duschgel in unser Postfach schicken. Ehrlich? Hast du wenig Duschgel? Quatsch. Der Rechtsweg ist ausgelassen. Du hast ja immer sieben offene Flaschen da. Ne. Höchstens noch zwölf oder so. Vierzehn. Manchmal cremt er sich nur mit Duschgel ein und spült es gar nicht ab. Ja. Er wartet halt auf Schweiß oder auf irgendwas. Dann hat er immer so einen leichten Schatten. Sieht dann immer so ein bisschen aus wie aus so einem Tischschweiger-Film. Slimer, hätte ich gesagt. Oder so. Hast du alles in Grün? Ja, ich habe relativ viel Grünes, ja. Riecht nach Limette. Ah, hier diesen, ja, von Das Duschdas oder so. Ja. Was hältst du denn, was ja auch der einfache Knaller ist, selbstgemachte Gutscheine. Schönes Fotoausdruck. Ich dachte, du sagst jetzt selbstgemachtes, aber selbstgemachte Gutscheine ist natürlich noch. Du sagst so schön Fotoausdrücken, drücken vor allem. Und dann sagst du, ein Kinobesuch mit anschließendem Popcorn-Betrachtungs-Moment. Ja, im Popcorn-Museum. Verstehe, verstehe. Selbstgemacht wäre aber auch ganz geil, dass du dann Heiligabend anfängst an zu basteln und denkst, was kann ich, was habe ich hier an Materialien? Was immer schnell geht bei deiner Reste-Rampe hier, wäre wahrscheinlich Seifenschalen. Schön zusägen, Klötzchen drunter, abschleifen, Löcher bohren zum Abtropfen. Was du dann knicken kannst, ist Ölen. Das kriegst du dann nicht hin, dass du das halt einziehst, bis abends du es noch verpacken kannst, glaube ich. Bis abends schon, das Hartöl, was ich habe, wenn das trockenes Holz ist. Ja, aber dann nur so eine leichte Schicht, nicht so eine Triefschicht. Ja, nein, leichte Schicht. Es wird aber halt noch bestialisch riechen. Was man machen könnte, wäre Flammen und Schmögeln. Das ist ja dann komplett versiegelt, sofort. So, das könntest du schnell machen. Das wäre dann aber auch eine Sache, wo man sich leicht überschätzt, wahrscheinlich. Also muss man echt sagen, okay, drei Leute, alle kriegen das gleiche und jetzt zusägen, schrauben, verbrennen, schmögeln, fertig. Also bei so kleinen Sachen wie Seifenschalen geht es von den Flammen noch. Ansonsten bei allen größeren Flächen, das dauert halt dann doch immer eine Weile. Vor allem im Winter, wenn du es draußen machst, weil dann ziehen die Faser nicht so schnell zu. Ja, ich würde das ja hier drinnen machen. Ah, ja, hier Synergieeffekte schaffen, gar nicht erst runter. Ja, ich meine, wie warm das dann nachher hier ist. Zünd die Putze an. Was könnten wir denn noch? Ja, ich dachte ja noch nicht, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, wie schnell das trocknet. Ich glaube, es brauchen länger, was ich schade finde. Aber ich habe gesehen, Holz, also wirklich altes Holz, wo schon Risse drin sind. Und du füllst die Risse mit Epoxidharz. Dass du halt noch so leicht einfärbst. Ach so, dass man bewusst die Risse so ein bisschen... Ja, genau. Und du hast dann eine absolut glatte Oberfläche, wenn du es danach nochmal abschleifst. Aber die ganze Fläche wird nicht nochmal irgendwie lackiert, geölt oder sonst was? Ja, die kannst du dann nachlackieren und ölen, aber wenn du es halt... Also wenn du halt Öl ins Holz einziehen lässt oder so, dauert jetzt halt ein bisschen länger. Das fällt halt ja auch. Das zieht dir auch ein bisschen tiefer ein. Dann kannst du halt nochmal kurz drüber schleifen danach. Und dieses, also wirklich buntes Epoxidharz ist jetzt halt auch total trendy bei Handyhüllen. Dass du halt auf der einen Seite Holz hast und auf der anderen Seite halt so ein bisschen mit Farbe behandeltes Harz. Und dadurch sieht es so ein bisschen aus, als würde das Meer gerade sich an einem Strand brechen. Also wirklich total schön. Das ist aber ein bisschen schweinegiftig, wenn du damit zu Hause arbeitest. Nee, komm ey. Nicht so. Ist ja nur einmal Heiligabend. Ja, Mallorca ist nur einmal im Jahr. Da kannst du schön dann die Lieder mithusten abends. Wie, apropos Mallorca ist nur einmal im Jahr, eine Reise. Was heißt eine Reise? Also auch ein Gutschein oder was? Ja, guckst du noch, gleich buchen, guckst du noch auf opolo.de oder wie die ganze Plattformen heißen und sagst, hier Schatz, es geht nach Erkenschwick. Naja, wenn du das sagst, dann kannst du dir halt internettechnisch tausend Sachen ausdrucken. Also wenn dein Drucker funktioniert, Farbe drin ist, Papier drin ist. Thomas Cook, Abenteuergutscheine. Muss ich mehr sagen. Einmal mit dem Quad aus einem Auto springen. Das ist aber nicht Thomas Cook. Sondern? Das ist hier dieser komische Fraggle, der auch im König der Löwen-Dings immer drin saß. Der König, Höhle der Löwen. Wie hieß denn der? Wie hieß denn der? Weißt du, wen ich meine? Jetzt guck der nach. Ich guck da nicht, ich guck da nicht in die Höhle der Löwen. Guckst du, ne? Ach, wie heißt denn das? Wie heißen die denn? Ja, der ist jetzt nicht mehr drin. Ich weiß nicht, ob das... Jochen Schweizer. Ach, Jochen, ja, Jochen Schweizer. Das meinst du. Ja, Jochen Schweizer meinst du. Abenteuer und Erlebnisgutscheine. Events schenken. Ja, aber da würdest du mich zum Beispiel echt kriegen. Also ich meine jetzt nicht von wegen mit dem Quad durch die Eifel, aber... Einmal mit einem Panzer einparken. Nee, ich meine jetzt so, ich denke einfacher, wenn es einfach nur heißt, so schöne Wellnesswochenende oder sowas. Wenn es heißt, eine Massage verschenken, da bin ich ja immer dabei. Also jetzt nicht von wegen, ich mach das selber und creme nicht mit Epoxidhals ein oder sowas, sondern... Ich hab da so viel über... Deine Haut wird so glatt sein danach. Das glaubst du nicht. Alle Falten fühle ich auf. Da ist nichts mehr mit Grinsen, aber Glänzen. Ja. Nee, sowas. Oder schöne Sauna. Oder... Aber ich find das gar nicht... Das ist halt alles so einfach. Irgendwie müsste doch... Dieses Last Minute muss schon mehr Stress verursachen. Das muss mehr in Panik. Also du bist schon aus dem Haus. Okay, also dann hast du kein Internet. Du bist aus dem Haus, genau. Du hast deine Daten aufgebraucht. Ja. Nur alles und du bist schon spät dran zum Essen. Ja, also du hast jetzt auch nicht mehr eine Tagzeit, sondern du bist blöde auf der Fahrt. Genau, du bist wirklich auf dem Weg und du bist spät dran. Du musst deinen Anschluss kriegen. Du hast keine Chance, noch irgendwo länger als fünf Minuten dich aufzuhalten. Aber dann sagen wir mal auch, es ist schon nach 13 Uhr. Also die großen Geschäfte sind zu. Ja, ja. Also wo richtig Stress am Arsch ist. Jetzt wird's eine Spielfilmehandlung. Ja, wenn da nicht irgendwie Nicolas Cage die Hauptfigur ist oder so. Ja. Oder Keanu Reeves. Dann kann man natürlich nervös Film-like, dass du sagst, du siehst halt irgendwie so vollbepackte Typen oder sowas und quatsch die voll. Sag mal, lustige Geschichte. Hier hast du 500 Euro, ich nehme die Tüte damit. Mhm. So was. Was, da sind Bettpfannen drin fürs Altersheim. 600. Hundknochen vom Fleischer, die koche ich aus. 700. Meine Güte, sie wissen, wie man verhandelt. Ja, da wäre ich schon wieder beim Späti, da haben wir ja schon alles durch. Ne, ich würde, was ja auf jeden Fall. Ich glaube, der Späti hat auch zu am Heiligabend. Ich glaube nicht, dass der noch auf hat. Ja, aber meinst du nicht, dass der so bis 16 Uhr auf hat oder so? Nein. Also wo er auf jeden Fall offen ist, weil da ist halt Mörderumsatz, weil das immer mehr Leute machen, sind Restaurants. Ja. Und da habe ich gedacht, renn vorbei, auch wenn es hier ganz mies ist, vorne an der Ecke, weiß ich, Lampe oder Royale und sagst, hey, Kurschein, zwei Personen, 50 Euro hier, mal was, schreib was, irgendwas, druck was aus. Ich dachte gerade, du bringst noch was zu essen mit. Ach so. Was man an Heiligabend unbedingt braucht, mehr essen. Aber da, also ich meine, das kannst du nicht in jedem, aber sowas wie Royale, da könntest du auch sagen, gib mir eine volle Flasche Leuthäuser Doppelkorn oder sowas. So, also ihr könntest im Lokal für viel teures Geld. Hier, ich nehme den feinen Kramp-Karrenbauer. Und den kriegst du dann wahrscheinlich aber für nicht 20 die Flasche, sondern 50 die Flasche. Aber das kannst du auch so in Gastronomie Flaschen abkaufen. Das. Ich weiß ja, wie viel du unterwegs bist, deswegen habe ich dir 20 Vifatenkarten geholt. Gerne. Das ist für Schüler. Mann, siehst du jung aus. Ja, oder du rennst halt noch irgendwie durch so eine schöne Parkanlage für Touris und robst da, robst da, rupst die ganzen. Blumen raus, dachte ich auch gerade, Blumen klauen. Nicht hier, sondern ordentlich mitnehmen. Tiergarten auch immer. Tiergarten kannst du noch einen Hasen mitnehmen, da ist ja so eine Hasenplage durchs ganze Jahr hinweg. Und meinst du, sind das nicht Kaninchen? Oder Kaninchen? Ja, meine Güte, ist da jetzt egal. Das ist ja alle gleiche. Ja, eben. Verpackst du sauber auf dem Weg in der Bahn? Aber es gibt ja an S-Bahn-Stationen sehr oft diese kleinen Blumenläden, die immer von Asiaten, vielleicht sind die ja noch länger auf abends dann an dem Tag. Ja, ziemlich sicher sogar. Das ist, glaube ich, eine gute Einnahmequelle, da Heiligabend noch ein paar Blumen loszuwerden. Aber Blumen ist immer so eine kurze Freude, also so von dem, oh, das ist ganz schön. Also klar, ich stelle sie hin und sage, toll, und vielleicht riechen die auch mal nicht nach Pestiziden oder sowas. Aber es ist jetzt nicht zum Auspacken so. Nee, aber A, besser als nix. Und dann B, man weiß ja, je älter die Leute werden, die man beschenkt, desto weniger wollen die auch irgendwas haben. Wir sind ja auch schon an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben ja nur Verbrauchsgüter. Ja, also ich bin ja nicht so wie du komplett genervt davon, aber ich würde dann gerne so andere Dinge haben. Wie du gesagt hast, schöne Verbrauchsgüter, also wenn man halt, Verbrauchsgüter klingt auch bescheuert, aber wenn halt dann irgendwie schöne, also alleine so gutes Salz finde ich ja schon geil oder sowas. Aber ja, weiß nicht, wenn man sagt von wegen geil Essen, Kurztrip daheim, bla bla bla, aber das finde ich dann schon geiler, als wenn man sagt, ich dachte, der Pulli wäre so da. Jetzt denkst du, ach, weil ich zwei Arme habe, oder warum? Naja, das ist dann schon schwieriger, ja. Was hat denn dann noch auf, eventuell? So ein Zeitschriftenkiosk hat ja am Bahnhof auch immer auf. Ja, aber das ist doch dann eine gleiche wie, ah, ach so, ach du meinst diese gleiche. So ein Reiseroman. Ah, scheiße, ja, beziehungsweise. Du stehst doch so auf Crime Best Seller, das hier ist der neue Dan Penismeyer, der Illuminatenporno, scheiße. Ja, aber da gibt es ja mittlerweile echt immer diese Spiegel Bestsellerliste und sowas, also was mittlerweile schon, also ewig eigentlich. Und da kannst du meist auch echt so ein Packservice bis kurz vor Feierabend, also da kannst du eigentlich noch gut, optisch gutes Geschenk da rausholen. Ja, hier, ich dachte, bei dem Roman an dich, der Fokus schreibt, ein Roman nach unserem Geschmack, wenig Worte und der Ausländer ist schuld. Also wenn ich mal sage, so ein Hauptbahnhof als Einkaufsmöglichkeit, da könntest du echt Buch, Pralinen, Sekt, Blumen, so. Ja, also wenn es jetzt nicht schon zu spät ist für euch, schenkt euch das Einkaufen. Hier habt ihr es zuerst gehört. Nice. Lustig fände ich aber natürlich auch, wenn man irgendwelche Snacks sagt zum Mitnehmen und dann geht man nochmal in die Bücherhandel und sagt, kann ich nochmal so einen Bogen hier für 50 Cent? Und dann hast du einmal eine Currywurst, eine heiße Waffel, hast eine schöne Fobo-Suppe da noch mit eingewickelt. Ja, wie gesagt, das ist zu Weihnachten super schön. Nach dem Weihnachtessen packen wir eine Currywurst raus und dann so eine Currywurst, die schon mit Geschenkpapier gesuppt ist. Mit einem Brötchen, was in der Currysoße ist. Das ist Caspaccio-Curry, die muss kalt sein. Ich hatte gerade noch irgendwas, wo ich dachte... Ausschlag. Ja. Automatengeschenke, wie sieht es da aus? Automaten, genau, wenn du halt Leuten irgendwie so ein Neckeschen, irgendwas Neckisches für drauf... Stell dir vor, alle Weihnachtskarten sind ausgebucht. Ausgebucht? Kommen Sie morgen wieder, die radieren wir aus, die können Sie so haben. Am 29. kriegen wir die neuen Weihnachtskarten rein. Nein, also so wie die bisher im Dezember liefen, sehe ich da goldene Zeiten kommen. So ein, aus so einem Fotoautomaten. So ein Vier-Fotostreifen, wo du halt persönliche Grimassen für deine Liebsten siehst. Nicht die offiziellen, sondern die persönlichen Grimassen. Ich habe immer diese Business-Grimassen, aber die hat jetzt Gold noch weg. Du hast ja so leichten Silberblick, das ist ja hier geschielt auf dem zweiten Foto. Ja, aber ich meine, leider sind in Deutschland diese Automaten auch gar nicht so ausgepeitscht, so groß wie jetzt beispielsweise in Japan oder so, wo du alles dir an Automaten ziehen könntest. Und wir können dann halt irgendwie... Gebrauchte Schlüpfe für die Perversen in der Verwandtschaft. Wir könnten noch nicht mal Sekt am Automaten ziehen. Wir können dann halt irgendwie ein altes Snickers, also diese DB-Automaten, die immer an den Gleisen stehen, die sind richtig traurig. Aber sonst, was stehen denn jetzt beispielsweise am Bahnhof noch für Automaten rum? Am Bahnhof. Weil sonst sind ja die meisten Läden ziemlich lange auf, deswegen gibt es keine Automaten. In den DB-Automaten gab es früher mal so kleine Leseheftchen. Echt? Von Soukultur, hieß das. Subkultur? Ne, Soukultur. Was ist denn Soukultur? Subkultur ohne B. Ich dachte, das ist jetzt... Ne, das ist nur ein Wortspiel drauf. Die sahen halt aus wie Reklamheftchen und waren halt so für... Die konntest du auf einer Bahnfahrt, die konntest du in einer Stunde lesen. Also perfekt irgendwie, wenn die irgendwie langweilig waren und gerade nachts fährst nach Hause und damals gab es dann auch keine Smartphones. Das heißt, du warst auch dann echt ohne Musik, ohne den Discman dazu verdammt in der Bahn zu lesen, wenn du nichts mit hattest. Discman war auch ein gutes Geschenk. Ja. Das ist auch jetzt noch ein gutes Geschenk. Und du sagst immer, du hast doch nichts mehr, um deine alten CDs zu hören. Hier, ein Discman. Da kannst du auch mit Joggen, wenn du dich nicht bewegst. Und die Platten schneidest du zu. Geht alles rein. Oder was wäre denn an Dingen, die man selber hat und sagt, davon hat jeder so viel, dass er irgendwas davon verschenkt hat? Ja, Duschgel. Hast du noch verpackte Dinger, wo du sagst... Nichts, was ich entbehren kann. Aber eigentlich, ja. Da will ich nicht drüber reden. Hast du eine geschlossene Packung Scotch? Ich glaube, ich habe keine Geschenkverpackung. Nee, aber welcher ist denn geschlossen? Ist der Bomo geschlossen? Der Bomo ist geschlossen, ja. Ach, den hast du hier vorm Streik noch bei Amazon geschlossen, ne? Ja. Ja. Ja, das wäre der einzige bei mir, der geschlossen ist gerade. Oder dein cooles Kautschuk-Chako da, das kannst du doch auch verschicken. Nee, was ich öfter, das ich mal so mit Re-Gifting gemacht habe, ist, wenn ich einen Wein geschenkt bekommen habe, den ich nicht trinke. Ja, stimmt. Weil ich bin, also Rotwein, wenn ich trinke, dann Rotwein. Und da bin ich dann auch eher bereit... Oder Scotch oder Feuerzangenbohle. Ja, wenn ich Wein trinke. Wenn ich Rotwein trinke, dann aber den Rotwein. Dann Rotwein. Bei Weißwein ist es schwieriger, wenn ich dann Weißwein geschenkt bekommen habe, habe ich den öfter weiterverschenkt. Dann passt der immer gut zu Fisch. Kalt. Im Sommer. Wunderbar. Hier auf deine Terrasse. Ah, hier, hier auf dem Balkon, im Baugerüst hier. Jeden Morgen mit dem Frühstück Gesellschaft. Da wird dann aber bestimmt auch bald mal so ein separater, abschließbarer Glaskontainer für die Müllstockwerke da eingeführt. Ja, das ist auch alles nicht mal so. Ich meine, das allein, dass du, stell dir vor, du hast dir für ein paar Millionen diese Dachgeschossloft gekauft und musst den Müll mit Leuten wie mir teilen. Du musst, wenn du Müll rausbringst oder rausbringen lässt, liegt dein Müll bei meinem Müll. Ja gut, aber das macht dann ja die Assistentin Consuela. Genau, die Assistentin Consuela, die dann... Es höre ich, ich heiße nicht Consuela. Robin, was machst du denn hier? Seitdem Merkel nicht mehr Chefin ist. Er hatte wirtschaftliche Zeiten. Schröder hat sein Haus für 500.000 gekauft. So geil. Und jetzt kriegst du dafür 127 Quadratmeter. Aber mit Blick auf meinen Schlüpfer? Ja. Sehr gut. Ansonsten von dir, wenn du was hast, hast du einen schicken Schal, den du um den Hals legst, den du entbehren kannst? Ich trage keinen Schal. Ich trage keinen Schal. Mein Y-Chromosom hält den Hals warm. Ich habe im Winter immer eine dicke Ader. Die wickele ich mir um den Hals. Du hier, dein NATO-Helm? Ich habe... Den kannst du füllen mit Süßigkeiten und Duschgel. Uh, das ist ein gutes Geschenk für Leute, die ins Kriegsgebiet müssen. Alles Gute, heute gibt es nochmal Pute. Schön. Ich glaube, ich habe echt auch nichts, irgendwie eine Lampe oder so. Hast du heute den Kopfhörer gekauft? Ich habe noch einen, ja. Hast du den gerade an? Nee. Ist das der? Nee, der ist ähnlich. Wie viele Kopfhörer hast du denn? Ja, da fehlt ein Schaumstoff-Ding. Den kannst du eigentlich nicht mehr guten Gewissens aufsetzen. Wie ist denn der Schaumstoff? Kannst du denen keinen Gas geben? Den habe ich bei einem Umzug verdattelt. Wie, das heißt, wie beim Umzug? Du hattest das Ding beim Umzug auf? Ja. Immer cool Musik mit einem Kist in den Nadeln. Nein, ich bin mit Musik im Ohr hingegangen, hatte das Ding auf, hatte keine Tasche mit, weil es ein Umzug war. War der teuer oder war der von Lidl? Ja, auch von Lidl. Wie teuer war der? Wahrscheinlich auch 8 Euro. Aber war gut bestimmt, ne? Die sind in Ordnung, ja. Aber kannst du nicht noch so ein Schaumstoff-Ding irgendwie aus Epoxidharz löten oder so? Oder aus Holz, ja. Ich habe so ein Brett, so ein geflammtes, fertig geflammtes, geöltes Brett, wie auf meiner Garderobe habe ich noch da. Das könnte ich jemandem mitnehmen zu Weihnachten. Herzlichen Glückwunsch, ein Brett. Alter, da gab es in den 80ern, aber die lustigen Geschenke, weiß nicht, irgendwo war so ein Brett, beispielsweise ein Brett, da steht dann drauf und wegen, das ist das von meinem Kopf oder so. Und das hängt dann über die Tür. Oder Festus hat mir mal so ein kleines Kistchen geschenkt, da war so ein Plexiglas vor und dann in case of emergency und da hat jemand dann halt, also drinnen war dann richtig schlecht geschnitzt, sollte aussehen wie eine Viagra-Tablette. Und das war halt der Gag dran. Und die Dinger kannte ich von früher in den 80ern. Nachbarn hatten immer so was von wegen, weiß nicht, meine letzte Kippe und da war halt so eine tatsächliche Kippenschachtel mit einer Kippen draus. Die war dann aber wirklich ein in so ein Glas-Ding, dass die halt, wenn du sagst, ich brauche unbedingt. Und das war immer so ein Mörder-Gags, immer diese letzte irgendwas einrahmen. Kannst du eine schöne Wurst, so was nicht kaputt geht, so eine Trockensalami von Lidl. Ja. Die kannst du dann auch irgendwie sagen, von wegen, ab morgen höre ich auf mit Fleisch. Und dann hast du halt das Ding da. Brauchst du nur eine leere Glasvitrine zu Hause. Was ist denn hier mit den ganzen Scheinwerfern? Kann ich ja nicht verschenken. Hast du nicht so ein dummes, wackeliges Stativ, was du eh nicht nutzt, was aber dabei war? Da, wo gerade dein Mikrofon drauf ist. Die waren dabei. Das ist ja nicht dumm und wackelig. Ja, eben. Das Beste, was China produzieren kann. Ja, ne, ansonsten hier, weiß ich nicht. Meine Holzgriffe und die Kamera mag ich eigentlich ganz gerne. Das ist denn diese komische 70er-Jahre-Stühle, die brauchst du dann nicht. Ja, das stimmt. Aber die kann ich ja nicht einpacken. Die muss ja echt mal weglappen. Pack die mal, das ist ein Albtraum. Ich würde die im Zuge noch dieser Baumaßnahme irgendwie in den Container schmeißen, dass die bloß weg sind. Stell die aufs Gerüst. Die sind, glaube ich, in fünf Minuten sind die montiert an der Wand. Ich stelle die auf den Lastenaufzug und lasse die hochfahren. Das sind bestimmt dann in einem Jahr, sind das dann die Schirme von irgendwelchen großen Beleuchtungsanlagen, die du so drehen kannst. Dann kannst du meinen Innenhof damit ausleuchten. Du denkst, ich trottel, ey. Hätte ich sie damals noch behalten. Ich habe ein Mikrofon über. Ein Sprachmikrofon. Ach was. Hier so ein... Für, äh, auf XLR. Auf XLR. Auf XLR. Das ist so geil. Wo hast du denn das? Das liegt ja in diesem Pappkarton. Wieso hast du denn das? Wieso hast du denn das? Ich dachte... Schon der Gag. Nee, hier, wo ich rauf... Das ist gut, ne? Weil Klaus nicht nachdenkt. Dieses Tischgestell, wo ich gerade raufzeige. Ich dachte, zu dem Preis wäre das halt nur das Tischgestell. Aber da war noch ein Mikrofon mit bei. Leck mich doch mal. Da habe ich noch ein Mikrofon über. Wir haben ja nur zwei. Und das dritte kann man nicht am Computer anschließen, weil ich kein Interface habe. Wieder was gelernt. Wie? Was? Naja, die USB-Mikrofone brauchen kein Interface. Aber das braucht eins. Ja, weil es ein XLR-Mikrofon ist. Das ist ja ein Interface. Ein Interface ist... Du hast... Ein Computer hat ja keinen XLR-Toneingang. Gibt es da keine Brücke irgendwie? Das ist das Interface. Das ist das Interface. Da hast du nämlich auch gleich... Weil du gleich einen Mischer mit dran hast. Mischer! Und weil die Mikrofone Strom brauchen. Die brauchen Phantomspeisung. Phantomspeisung? Gehen sie nie an. Wieso denn Phantomspeisung? Die mögen halt 20er-Jahre-Comics. So ein Tough Mudder-Stirnband. Ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn mit Klamotten? Oh, Sportklamotten kann ich verschenken. Du hast so viele bescheuerte CDs, die dummen CDs da alle wegkloppen. DVDs. Laserdisks. Das Medium der Zukunft. Minidisc hat da hier noch rumfliegen. Beta-Bänder. Kannst du dich an diese Mini-CDs erinnern? Ja. Torben hatte das Ding damals sich geholt. Er hat gesagt, Alter, das ist der neuste Scheiß. Das ist die Zukunft. Hat sich nicht so richtig durchgesetzt, ob er den noch hat. Den Minidisc-Player. Voll gut. Der kommt wieder. Die waren immer in so einem transparenten Plastik-Case drin. Und sah dann halt einfach aus wie diese 2,5-Zoll-Disketten. Jetzt kann ich auch sagen, transparentes Plastik-Case und UV-Strahlung bekommt so DVRDs und CDs immer gut. Das verlängert die Lebenszeit auf jeden Fall. Ich frage mich sowieso, man sagt ja, gepresste CDs halten, glaube ich, so 10 bis 20 Jahre im Schnitt. Gebrannte eher so 5 bis 10. Wie viel von dem Scheiß, vor dem ich hier sitze, überhaupt noch funktionieren würde im Notfall? Im Notfall. Ich habe früher dann mal, was ist früher? Ja, schon ein paar Jahre her, hat sich dann meine... Ach, das ist gar nicht so lange her. Ach du heiliges Penisrohr, das ist gar nicht so lange her. Ich hätte jetzt genau in der gleichen Stimmung weitergemacht und hätte nichts gemerkt. Man hat auch so nichts gemerkt, weil es nichts zu merken gab. Ja, jedenfalls kurz vor meinem letzten Umzug hatte ich noch super viele Videos und da habe ich die mal so durchgesichtet und gemerkt... Nachts auf Sat.1 oder Vox aufgezeichnet? Ne, ich hatte auch ein paar Kaufdinger und die Kaufdinger waren alle, haben sich alle aufgelöst. Also da konntest ich... Aber diese alten, was heißt, BASF-Dinger, die du halt an der Kasse gekriegt hast, die ich 70 Mal überspielt habe. Schlechte Qualität, aber die normale schlechte Videoqualität, aber stand alles. Da dachte ich, geil, habe ich trotzdem halt weggekloppt. VHS. Aber Wedding Planner würde ich ja VHS kaufen. Für 11,99 oder was war das? Ich glaube, 14,99. 14,99. Ja, wie jeder Preis, jeder Preis. Ich habe letztens eine Doku gesehen auf BR über Michael Schanze, der krass auseinandergegangen ist. Der hatte wohl irgendwann mal so einen Sportunfall aus und dann ging es... Der hat regelmäßig wohl krass viel Sport gemacht und jetzt ziemlich Moppel. und der hat seine ganze Vergangenheit in den Keller gebannt. Also auch irgendwelche Starfotos, irgendwelche Preise und sonst was. Das ist halt alles im Keller. Und dann geht er in so einem Regal vorbei und ich dachte, das sind irgendwelche Bücher oder sowas. Das sind alles VHS-Kassetten mit Aufzeichnungen von Kinderquatsch mit Michael und die ganzen Shows, die er moderiert hat und Traumauzeit oder nee, Flitterabend und so. Und da habe ich gedacht, geil, er hat das doch im guten alten Stil alles auf VHS da unten geballert. Hat er keinen Privatassistenten, der es digitalisieren muss? Der lebt ein halbes Jahr in München und dann das andere halbe Jahr in Köln. Warum auch immer. Beides ein Traum. Habe ich auch gedacht. Also ich meine, wo er lebt, ist natürlich irgendwie ein krasses Haus. Und was ganz pfiffig ist, der hat wohl so viele Lieder geschrieben, auch für Kinderserien. Sowas wo aus den Tantiemen. Also da kann er ganz gut leben. Wie wir. Ja, unser Superheld Pimmel-Brogowski, da haben wir ja das schöne Lied geschrieben für. Pimmel-Brogowski, Kraft des Penis, ich rette die Welt, Pimmel-Brogowski. Uh, ah. Ein eingängiges Ding. So heißt auch die Serie. Ja, gut. Pimmel-Brogowski könnte natürlich auch als Zeichentrickserie oder als Buch verschenken. Als Daumenkino selber malen auf dem Weg nach Hause. Was ist denn jetzt so das final geilste Last-Minute-Action-Geschenk? Schatz, ich hab dir ein Snapchat-Account erstellt. Also ich hab gedacht. Ich glaube, wenn, also pass auf, wenn, dann solltest du es, glaube ich, so offensiv machen, dass du ein Last-Minute-Scheiß-Geschenk geholt hast, dass du wirklich zur Tankstelle fährst und wirklich Scheibenwischblätter, Frostschutz und einen Luftbaum holst. Das ist so ein Hipster-Ding, ne? Die würden das bestimmt dann irgendwie posten und sagen, guck mal, wie cool mein Schatz ist. Und der, ah, wie. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, er hat einfach guten Alkohol Christe. Christe auf jeden Fall. Ja, gut, dann hab ich ja. Verschenkst du Alk? Ähm, nein. Ich ja. Ich ja. An mich. Jetzt gerade. Prost. Und Feierabend. Ja, gut, dann war das Folge 51 von Fünnüsse. Wir verabscheuen uns. Nein, ja, mach doch. Ja, mach doch. Mose überraben, Mann. Ich hab so keinen Bock, Herr Klaus. Ich hab so keinen Bock, ey. Wieso muss ich immer gerade stehen? Oh, ich will nichts, Mann. Ich sag, kann ich mich hinsetzen und Fortnite spielen? Bitte nicht, bitte nicht. Bitte, bitte. Oh, da hab ich, äh, wie war denn das? Ich hab letztens irgendwie von gehört, von einem Kind, ähm, wo die Mutter irgendwie ihr Handyverbot dem Kind aufgelegt hat, weil das Kind irgendwie so ein Abo abgeschlossen hat und über 1000 Dollar bei Fortnite in einem Monat verpimmelt hat. Ich sag, was kann man denn da kaufen? Ich sag, was kann man denn da kaufen? Tänze, Kostüme, äh, die, also die Pickaxe kannst du immer neu kaufen. Was sind Pickaxe? Äh, die Spitzhacke, damit du deine Sachen kaputt machst. Die gibt's in verschiedenen Designs. Ich kenn mich ja nicht aus. Da kannst du Geld für, Geld für ausgeben. Und Rucksack kannst du kaufen, wo, also alles nur kosmetisch. Du kannst auswählen, was, 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 ach so, okay. Du hast nie einen Vorteil. Und du hast, ähm, was, kann man irgendwas auswählen, was nichts kostet? Oder bist du am Anfang nackt und hast einen Stift als Waffe oder was? Du bist immer eine Random-Figur, ja gerade, deswegen sollst du mich nicht ablenken. Du bist immer eine Random-Figur aus so fünf Standard-Figuren. Hast du gerade den Hang-Lose gemacht? Das war voll groß. Aus fünf Standard-Figuren hast du immer eine Baggy-Pants an. Also eine Baggy-Pants, eine Cargo-Hose und einen Tank-Top. Baggy-Pants wäre auch cool. Ja. Ein bisschen Dawson's Creek. Kannst du aber zehn Euro für bezahlen. Das sag ich dir gleich. In V-Bucks. Dawson's Creek. Ja. I don't wanna wait for our lives to be over. Ja, okay. Immer, immer, die Figur ist random. Das kannst du erst auswählen, wenn du irgendwas gekauft hast. Ein Kostüm, was zur Figur passt. Ähm, und die Kostüme sind in der Regel auch nicht so, dass du sagst, naja, wenn du halt was kaufen würdest, dann wäre es wahrscheinlich eher Tarnkleidung, dass du schlechter gesehen wirst, sondern wenn, dann sind es immer irgendwelche offensiv grellen Sachen, dass du besser gesehen wirst. Ähm, das ist auch eigentlich ein bisschen egal bei Fortnite, aber, ähm, und das ist halt nur, nur Optik. Reines angeben, dass du halt geiler aussiehst. Und Asche hast, ne? Ja. Und Tänze. Dass du halt einfach Tänze machen kannst, wenn du deinen Gegner im Schaust hast. Und wie teuer ist dann so ein Gimmick-Scheiß? Zwischen 99 Cent und 8 Euro, glaube ich. Das sind so die Standardpreise. Was hat der denn da in einem Monat an 1000 Dollar gegeben? Weil das, das ist halt total fies, das ist total fies designt, das ist, dieses Set gibt's nur noch 24 Stunden lang. Und das geht halt die ganze Zeit so weiter, dann kannst du halt auch so einen Staffelpass kaufen, äh, dann sammelst du mehr Erfahrungspunkte und schaltest mehr Gegenstände frei. Zwischen aus wie alle anderen ist bloß Pimmelgrün oder sowas. Ähm, nee, das ist dann, damit du mehr Gegenstände freischaltest, weil du auch, je mehr du spielst pro Staffel, desto mehr schaltest du frei und in diesem Gratispass kriegst du halt so gut wie nie irgendwas und mit dem Staffelpass bekommst du halt viel schneller Sachen. Aber das ist, du kannst da halt, du kannst jeden Tag einfach 10 bis 30 Euro ausgeben. Also. In diesem Spiel. Warum hat das Counter-Strike damals nicht gemacht? Da gab's auch eine Welle. Counter-Strike macht es. Jetzt. Das neue Counter-Strike, Counter-Strike Go und halt auch richtig fies mit, bei Fortnite ist das ja wenigstens so, du siehst, okay, ich will das Bademeister-Outfit haben. Natürlich. Ich zahle 13 Euro für das Bademeister-Outfit. Verständlich. So. Gibt's nur diese Woche. Ganz streng limitiert. Bist die Qualität. Ja. Bei Counter-Strike Go ist es so, ähm, du kaufst einen Karton und der wird dann halt geöffnet und dann rotieren im Losverfahren, wie im Roulette-Rad, alle Preise an dir vorbei. Und dann bleibt es halt auf irgendeinem Preis stehen, der natürlich, sobald du auf Öffnen klickst, wird der halt vom Algorithmus bestimmt. Aber, ähm, um dein Suchtzentrum zu triggern, rollt das erstmal an ein paar richtig guten Preisen langsam vorbei, bevor du auf dein billiges Messer kommst. Und kannst du das ganz Gute, was du haben willst, nicht irgendwie für arschteures Geld kaufen bei Counter-Strike? Kaufen und verkaufen. Ah. Da gehen Tausende von Euro jeden Tag bei Steam über die Ladentheke. Yeah, yeah, yeah. Das ist ein riesen Markt. Also wegen digitaler Optik-Scheiße. Counter-Strike Go und, äh, Team Fortress 2, äh, sind die beiden Spiele, äh, bei denen du so im Losverfahren irgendwelche Sachen dir holst und die verkaufen kannst. Und Steam als Marktplatz, also die digitale Spiele-Vertriebsform, bekommt einen Prozentanteil in den Verkäufen. Deswegen lohnt sich das für die halt so, die Leute süchtig zu machen und genau wie mit diesem Fortnite-Kind leben solche Spiele, wo du halt 99 Cent für irgendwas zahlst, nicht davon, dass Leute wie wir vielleicht sagen, ja, okay, mir hat's Spaß, ich bin bereit, da irgendwie fünf Euro im Monat reinzustecken. Völlig egal für die. Die brauchen ein paar Leute, die da ein paar tausend Euro im Monat reinstecken. Die richtig süchtigen halt. Ja, Wale heißt das. Okay. Wale heißt das nicht auch irgendwie im Spielcasino so? Wale? Ja, möglich, ja. Also, kommt mir, ja, würde mir, würde mich nicht überraschen, wenn die es aus dem Spielcasino übernommen haben, weil genau so Lootboxes ist übrigens der Fachbegriff für diese Boxen, wo du was kaufst und nicht weißt, was drin ist. Krass. Was, ähm, da ist tatsächlich auch so eine riesen Streitfrage gerade, ähm, weil einige Regierungen halt überlegt haben, das als Glücksspiel zu klassifizieren. Und dann werden Spiele... Würden es keine Kinder mehr spielen. Ja, werden Spiele jetzt nutzen ab 18. Okay. Und das kann sich keiner leisten in so Sachen wie, ähm, im Apple Store, wenn die Apps das enthalten, dann muss an, bevor du die Lootbox kaufst, ist aufgelistet, wie hoch genau deine Chance, auf welchen Preis es ist. Okay. Dass du halt einfach mal genau siehst, okay, ich hab eine 0,1% Chance, den Preis zu bekommen, den ich haben möchte. So. Und, und wie gesagt, das ist alles richtig fiese, halt die guten Preise rollen, rotieren erstmal an dir vorbei. Also wie, äh, im Groschengrab. Mhm. Wo du halt immer einfach mal siehst, was du gewinnen könntest, bevor es dann auf Null stehen bleibt. Ja. Also, schenkt euren Kindern V-Bucks, da müssen sie nicht das Geld ihrer Eltern ausgeben. Was sind V-Bucks? Das ist das Geld von Fortnite. Ja, cool. Oh Gott, Türk ist tot innerlich. Ja, cool. Da hätte ich bloß die Abmord zugelassen. Das klingt echt gruselig, ey. Ja, ist echt, also, ich finde es ein spannendes Thema, aber echt kein schönes. Also, wo man halt richtig sieht, wie halt auch gerade Kinder... Ich frage mich von wegen, wer darf denn da verkaufen? Dürfen da nur große Firmen verkaufen oder dürfte halt auch ein IT-Fragger sagen, ey, ich bastel nebenbei und mach halt ohne Ende Geld? Das gibt's auch. Aber dann halt nicht als Glücksspiel, sondern das gibt's bei Dota 2 zum Beispiel. Das ist auch von Steam, so ein Multiplayerspiel. Und da kannst du Kostüme kaufen. Und das Geld geht an die Leute, die Kostüme in einem 3D-Programm modelliert haben. Und wieder nimmt Steam als Plattform einen Prozentsatz. Aber da hast du halt kein Glücksspiel, sondern du kaufst dann das Kostüm, was du siehst. Also, stell dir vor, du hast halt irgendwie ein Kostüm geschneidert online. Und hast da vielleicht, weiß nicht, drei Stunden dran gesessen. Und dann hast du halt irgendwie eine Farbauswahl dafür von 50.000 Farben. Und lässt nur dieses Kostüm in Millionen Farben zu. Also, ich meine, dann gilt ja nicht dieses eine Kostüm, sondern gilt ja dieses eine Kostüm in allen Farbvariationsen. Naja, die Leute müssen es ja trotzdem kaufen. Also, in der Regel hast du halt eine feste Farbe einfach, die du als Designer erstellt hast. Du bist dann halt einfach 3D-Mode-Designer. Und die Leute kaufen es ja nicht zufällig, sondern kaufen, weil es, also selbst wenn du es in 50.000 Farben hast, wenn es in Scharlachrot am besten aussieht, kaufen die Leute halt ein Scharlachrot. Ja, ja. Also, das ist ja dann, spielt dann eigentlich keine Rolle. Aber du könntest dann ja auch sagen von, nee, okay, dann schneide ich die Hälfte ab, dann ist es ein neues Kleid oder so. Ja. Ich nehme die Ärmel ab, das ist ein neues Kleid. Ja, genau. Also, halt wie ein, wie ein, ne, kannst du machen. Aber dann auch, die Leute sagen auch, naja, mit Ärmeln gefällt es mir am besten. Also, wie gesagt, nach Aufwand. Aber du kannst schon Geld damit verdienen bei Dota 2. Ja. Wenn du das halt, wenn du das gut machen kannst. Naja, aber ich meine, du bist ja dann ein 3D-Designer. Ja, klar. Also, ganz normaler Job, du verdienst, wirst keine Millionen verdienen. Also, ich glaube nicht, dass du damit. Und du bist so ein Fraggle, der den ganzen Tag am Rechner hocken muss. Ja, und das muss dir halt gefallen. Also, du musst daran Spaß haben. Also, allein der Vorstellung kriege ich. Ja. Krass. Das war unsere Show zum Thema 3D-Design und digitale Mikrotransaktionen anhand von Fortnite. Das würde ich nicht anfassen. Okay. Das war ein Scherz, das ist frisch, dass du so Kostümkiste. Hm. Ja, ihr findet uns auf fürnüssepod.com, fürnüsse mit Dirk und Klaus auf iTunes oder fürnüsse.gmail.com, da schreibt uns die heißen News. Oder ihr tweetet an, at fürnüssepod auf Twitter. Schreibt endlich Kommentare auf YouTube. Vielleicht sollten wir nächste Folge damit anfangen, weil die Leute nicht bis zum Ende hören. Oder nicht bis zum Ende wach sind. Wollen wir das mal probieren? Ja. Okay, gut. Dann Tschüsschen, ihr Nüsschen, heute ist Weihnachten. Genießt es. Ja, genau. Habt schöne Weihnachtszeit, schöne, fröhliche Weihnachten, fröhliche Weihnachten. Hast du sogar schöne gesagt? Nee. Das hatten wir einmal, als du den Chibo-Gag machen wolltest und denen dann Chibo-schönes Kaffee-Getränk oder sowas. Ich bereue es jetzt schon. Esst und trinkt. Tschüss. Tschüss.